Ne, die ist die Schwester von WeHawkLP16. Oder von Shadow16 Fang. So, Leute, dann gucken wir uns doch mal an. Ich hab neue Kommentare auf Starwing 2, Star Fox 2 Part 12, Andros und der Audio-Spam bekommen. Was haben wir denn hier? Oh. Erster. Chuck Moritz. Alias Chuck Moir2. 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 Okay, darauf will ich mal angemessen reagieren. Hm, weiterleiten? Nö. Entfernen? Hm, nö. Als Spam melden? Was für Weicheier. Hahaha, Nutzer blockieren. Adam Tum. Und jetzt drück mal auf Aktualisieren. 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 Entsteht da zweiter WeHawkLP in Strafe. Oh Leute, hier ist wieder WeHawkLP und Aaaaaaah. Wer denn noch? Beinahe hätte ich verraten. Wieso? Nutzer blockiert. Der hat mich echt blockiert. Und jetzt kommt's. Wie entblockt man jemanden? Wie entblockt man nochmal jemanden? Moment. Ich geh jetzt mal auf Agnes Kanal. Oh Gott. Let's Play und Blark. Ja. Jetzt blockt er mich auch. Blockierung des Nutzers Aufhebb. Aufhebb. Da steht nur Aufhebb. Blockierung des Nutzers Aufhebb. Die Blockierung des Nutzers wurde aufgehebbt. Aufgehebb. Aufgehebb. Mal eine Frage. Kann ich jemanden, den ich geblockt habe, kann ich demjenigen, den ich geblockt habe, eine Freundschaftsanfrage schicken? Probier's? Ja. Das wär ja mal geil. Auf der einen Seite Freund, auf der anderen Seite geblockt. Geblockte Freunde. Hätte was. Ich hasse meine Freunde. Er hat Sache als Freundin zufügen. Deine Einladung wurde versendet. Ich will. Süßer Shadow Stone hat recht. Ich bin Shadow Stone und Push-Up DH4 sexier. Okay, gut. Shadow und Push-Up. Ja, will ich auch sehen. Shadow, 2000 Kommentare? Nein, nein, nein. Ich hab bei WeHawk gelehrt. Ich geh auf sowas nicht ein. Damit ist er auf die Schnauze gefallen und damit werd ich auf die Schnauze gefallen. Nein. Oh, schön. So, ich schreib jetzt jeden Ischleppern, schreib Shadow Stone, Shadow Stone, so einen Push-Up DH4 auf dem Kanal. Das find ich gut. Nein. So. Und wisst ihr, was die Moral von der Geschichte ist? Ja. Ja. Oh Gott, ich hab auch eine Moral. Ich muss sie nur raussuchen. So, Kanal-Kommentar veröffentlicht. So, einen kleinen Moment. Es dauert, weil alles hängt, weil ich rendere. Und ich muss auf Pause des Videos drücken. Und dann muss ich... Willst du eigentlich da rauf? Ich hoffe es. Und deswegen drück ich jetzt auf Aktionen, dann auf Optionen, Audio-Einstellung, Stereo-Mix und jetzt sterben. Oh Gott. Oh Gott. So geht das Rüdiger. Agnei. Ja, das ist das. Das ist sicher. Ich bin Katz auf mir schicken. Schicke Link. Ich hab's auch nur auf YouTube. Mal so gesagt. Lost, Agnei. Ihr wisst, dass ich euch beide gerne hab und Kayn nicht. Och Mann. Entfernen. Entfernen. Sackar entfernen. Dankeschön. Und ich bin ungewöhnlich. 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 Lerner aber Lerner 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 Rüdiger, du hast niemals das letzte Audio-Spam-Wort in deinem Video So muss das sein, das ist mein Video, Mann! Lerner Lerner So wie ich die Dinge sehe, gibt es zwei Arten von Kindern auf der Welt Kinder, die auf Digimon Hasse dich Die überhaupt nicht auf Digimon stehen Hasse dich Das ist geil Ich bin ein Vater, die ver-fragen Mit meiner Welt Glast und glast und glast und glast 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 gl Das war's für heute. der wirst du also Also, ich steh auch total auf Sieg, Christgeheul. Ich steh auch total auf Sieg, Christgeheul. Okay, Moritz darf letzte Audio-Spam haben, Hauptsache nicht Huldiger. Okay, okay. Und dann enden die hier. Was ist mit Malsbier? Malsbier!